Dr. Martinus Luther. Eure Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen hat uns tief bewegt und lässt uns am Klosterleben zweifeln. Ihr habt keine Ahnung, auf was sie euch da einlasten. Lass mich eure Zähne sehen. Ich habe den Mann gefunden, den ich heiraten werde. Martin Luther. Ich verspreche euch, ich werde euch niemals von eurem Werk abhalten. Gott hat uns das Leben geschenkt. Es ist unser Leben. Niemand darf es uns wegnehmen. Was willst du da draußen? Ich will leben!